You say you wanna try, but you never do, sugar there's a reason why we lose Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Civilization 5 Hallöle Kurz vor Abschluss habe ich noch gesehen, dass hier irgendjemand versucht, den Jediismus bei mir zu verbreiten Ja, der Dü weiß, dass das nicht unbedingt günstig ist, der soll es dir lieber an ein anderes Opfer suchen Zumal du hier gegen meinen Dü-Islam sowieso nicht ankommst So, okay, ich müde mich mal und dann sehen wir weiter Genau So, okay, zack Wir müssen mal auf jeden Fall nochmal die Demografie auf jeden Fall mal im Blick behalten Okay, da sind wir nicht mehr ganz die schlechtesten mittlerweile, das ist ja schon mal gut Ähm, Alphabetisierung, fehlen uns immer noch vier Technologien, glaube ich So, und Achso, hier, ja, gut, der Krieche, ne? Oh, ja, wir haben Athen, haben wir gesehen, gesichtet, Athen Hey, hey Athen, na, wie geht's denn so? Na, ist alles klar, bei dir Athen So, ja, ähm, ja, Dortmund könnte halt auf jeden Fall Irgendwas tolles gebrauchen, machen wir hier mal so ein Aquädukt meinetwegen Mit hier auch noch ein bisschen was an Nahrung überbleibt und so Ähm, ja, ansonsten haben wir natürlich immer noch negative Zufriedenheit, das ist natürlich nicht so gut Ähm, ja, ansonsten, weil wir, naja, wir haben halt noch keinen Hafen, ne? Wir könnten halt hier im Handel, ach doch, können wir auch sogar hier weihen, was verlangt ihr dafür? Strategische Ressourcen eher Acht Gold pro Runde, Botschaft annehmen Ja, das können wir machen Das ist schön Das freut mich Dann hab ich zumindest endlich mal wieder positive Zufriedenheit Ähm, hab jetzt so mit, ähm, mein Eisen und meine Pferde halt hergegeben, ne? Also, Krieg darf jetzt auf jeden Fall nicht passieren Die nächsten 25 Runden lang So, weil dann hab ich ein Problem, ne? Ansonsten könnte ich halt natürlich auch alternativ sagen, dass ich mir hier noch ein Pferdevorkommen halt sichere Weil das, darauf kann ich ja nämlich zugreifen, ne? So Okay, ähm Ansonsten, warum dann immer noch Warten aufs Spiele? Ähm, hm, 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 hm Weil der Kontinent hier gar nicht so weit weg war, ne? Oder so weit weg ist scheinbar Weiß ich nur noch auch noch gar nicht, wie ich da jetzt am besten hier durchkomme durch den Kontinent Ne? Sind jetzt auch schon 1660 nach Christi Und, ähm, nur so zum Vergleich, ne? Alexandria und Frankfurt wurden zur selben Zeit gegründet, ne? Ich bin da auch schon wieder zwei Bevölkerungen zurück Das ist nicht gut Nämlich ganz und gar nicht So, ich geh jetzt mal hier in diese Richtung Oha, die Karawane Musste mal wieder aktualisiert werden Große Zivilisationen, ne? Bla, bla, bla Hier, dann kriegen wir hier so ein bisschen Wissenschaft noch raus Und so weiter Ja Dann ist die Karawane mal wieder unterwegs Das ist schön Und wir machen mal den Move Sollte sich dann eigentlich auch bei Zeiten wieder aktualisieren Hier unser Goldertrag Einheit benötigt Befehle Eins können wir noch Okay Ansonsten wird hier natürlich die Werkstatt noch gebaut Oh, ein Ingenieur ist mittlerweile sogar Gut am Wachsen Das ist schön Und hier haben wir sogar noch ein Pferd hervorkommen Was wir bisher noch nicht genutzt haben Ähm, beziehungsweise was auch noch nicht weitervergeben ist Oder? Ja Okay Mh, ansonsten können wir hier natürlich nochmal schauen Der hat ja Hat er hier noch irgendwie was? Silber hätte er hier noch, ne? Was verlangt ihr dafür? Baumwolle, offene Grenzen, Luxusgüter und so weiter Haben wir denn Baumwolle mehr als genug? Weiß ich gar nicht Na gut, der ist natürlich auf die offenen Grenzen Ist der natürlich, ähm Ähm, wie soll man sagen Der will natürlich gerne offene Grenzen haben, ne? Gebe ich ne, aber nicht Hehehe Ja, ansonsten, wie gesagt Drei Runden noch bis Circus Maximus Das steigert auf jeden Fall auch nochmal ganz stark unsere Zufriedenheit Und, ähm Ansonsten Sozialpolitik wird auch in zwei Runden Dann der Fall sein, ne? Jede eure Städte, ähm Erhöht die Kosten für Sozialpolitik nur um sieben Prozent Joa, das ist auch klar Aber ich hab eigentlich schon mal Siegfortschritt, können wir nochmal schauen Wir sind, ähm, ja 6,8 Prozent 29 Prozent bei Büchzans 16,5 bei den Schoschonen Also wir sind schon relativ Trotzdem immer noch relativ einflussreich Aber auch direkt bei den Griechen Könnten wir auch direkt mal einen Einfluss halt auf jeden Fall erlangen, ne? So, Herrschaftssieg Naja gut, das wird's vermutlich nicht werden, ne? So, okay Druckerpresse auf jeden Fall beendet Das ist schön So, Schieferturm von Bipisa Wurde auf jeden Fall in einem anderen Land gebaut Das ist nicht so schön Versuchen hier immer noch die Pekingese-Einheit seit Die ganze Zeit halt eigentlich im Grunde genommen Zu, zu killen Ja, ich weiß Ob das funktioniert, weiß ich noch nicht Das was werden kann Hier haben wir auf jeden Fall noch ein paar Barbarendürfe Hier hätten wir Stein, Pferde, naja gut Okay, so Dann hätten wir als nächstes Bankwesen Ermöglicht die, ja Auf jeden Fall Handelsweg ist immer gut Weil das wird uns, ähm, gerade die Karawanen Und dann der, die zusätzlichen Forschungspunkte Werden uns auf jeden Fall einiges Noch einbringen, habe ich so das Gefühl Und, ja Gehen wir mal auf nächste Runde Dann können wir nochmal ein bisschen bei der Forschung Auf jeden Fall nochmal schauen und stehen bleiben, ne? Also wir hätten hier das Produktion von Modidas Fabrikanlage Ähm, Mine, Steinbruch, blablabla Um eins erhöht Modernen von Jagdlager erhöht Okay Ähm, Taich Mahal Wäre dann auch nochmal so eine Sache Ähm, Bankwesen und Architektur Seehafen Louvre Wir machen mal beides Wir machen das hier auch nochmal mit dazu gleich So Der Stadtstaat Laventa braucht keine Investoren mehr Das ist schön für den Stadtstaat Laventa Rassurse Pferde von Hongkong Endlich haben wir wieder Pferde Schön Wunderbar Was? Oh, krass Scheiße, ey Okay Gut, die Einheit ist zerstört Obwohl es halt eigentlich nicht so dran stand Aber das ist natürlich der Random Faktor Das ist natürlich auch klar Aber ist aber auch nicht unbedingt so krass schlimm Also finde ich jetzt persönlich zumindest Ähm Wir können hier mal noch ein Aquaduct bauen Damit wir hier auch mal vorankommen An der Stelle Das wäre nämlich auch schön So, jetzt hier Zack Oh, hier unsere Schwertkämpfereinheit, ne Die ist ja auch schon die ganze Zeit unterwegs Politik einführen So, Politik einführen Ähm, Kauf von Objekten in Städten kostet 25% weniger Plus 1 Gold von Und, äh, ne Quatsch Plus 1 Wissenschaft pro Münsteranstalt Markt, Bank und Börse Das ist wirklich wichtig So, und dann Haben wir auf jeden Fall wieder einen weiteren Meilenstein halt Für uns entdeckt Yeah Weil dadurch können wir jetzt wirklich Sachen auch vernünftig kaufen Ne, wenn wir gleich den Circus Maximus in der nächsten Runde dann auch noch fertig haben Können wir dann auch nochmal da nochmal weiter schauen Also, sprich halt Wir sind auf jeden Fall gut gerüstet, denke ich Momentan Und das ist auf jeden Fall eine schöne Sache So, ansonsten natürlich von der Bevölkerung her, ne Sind wir immer noch nur auf Rang 5 Das gefällt mir noch nicht so Das nächste wäre schön, wenn wir dann als nächstes den Alexander bekommen würden Also, der hat hier, wie gesagt, Athen und Korinth Hat als zwei relativ große Städte Katholizismus Wahl in Hongkong-Mami manipuliert Uffizien in einem fernen Land gebaut Ne, der Blackmask da natürlich schon Dürfte er vielleicht auch gebaut haben Hat er natürlich schon Einen gewissermaßen Größeren Vorteil dadurch So, eine große Persönlichkeit ist wieder dazugekommen bei mir Das ist schön So, und wir können hier Politisches Direktate schreiben Oder natürlich nochmal ein großes Werk schaffen Das wäre natürlich auch gut Ne, wenn wir sowieso jetzt schon den Platz haben Ne, warum denn auch nicht Ne, so Dann können wir hier nochmal schauen Was haben wir hier Alexandria, ne Plus zwei Wissenschaft Würde uns gar nicht nutzen Das ist gar nichts, ne Wir bekommen sogar noch einen neuen Druck Auch vom Islam halt zurück Ne, das ist natürlich auch nicht so toll Ne So, zack Okay, so Wir wählen auf jeden Fall nochmal die Produktion Und versuchen auch in Berlin Und versuchen auch in Berlin jetzt mal Ähm Ja, Musiker-Gilde wäre natürlich immer noch so eine Sache Universität von Oxford Wäre eins Irgendwas aus Indien Company Staatliche Hochschule Plus 50 Wissenschaft sogar Bibliothek in Essen Und in Stuttgart noch benötigt Ne Müssen wir jetzt glaube ich nicht unbedingt kaufen Weil wir sowieso noch den Zoo als ähm Ähm Äh Sache hier hätten Könnten hier Den Krieg schreien Ähm Bibliothek Jo, wir können hier natürlich auf jeden Fall auch nochmal Nochmal hier was kaufen Nämlich hier Pagode Zack Und damit haben wir auf jeden Fall schon mal Jo, doch eine denke ich Ganz gute Zufriedenheit An der Stelle Denke ich mal Und ähm Alles was wir Was zu acht zusätzlich brauchen Aus überschüssiger Zufriedenheit Und ich denke aus dieser Zufriedenheit Können wir dann demnächst auch wirklich mal Hier nochmal Zusätzlich Alle Städte haben 20% Und Kultur wird auch nochmal um 20% erhöht Das wird unser nächstes Ziel sein Ein goldenes Zeitalter zu haben Ähm Ich denke mit der momentanen Zufriedenheit Werden wir das auch relativ Bald Erreichen So Dann können wir hier nochmal schauen Zack So Ah, hier ist ein Achso Okay, wir muss Ah, okay Wir wurden weggesetzt An der Stelle Weil das Land uns nicht mehr gehört Das kann man machen Muss man aber auch nicht So Produktion wählen Ähm Stallungen Ja, nee Stallungen Auch nicht so toll Musiker Gilde Ist natürlich immer so eine Sache Oder wir bauen natürlich Eine ganz klassische Eine Zoo Oder wir bauen auch mal Bauen mal hier eine Kaserne Damit wir auch mal ein bisschen was Richtung Ähm, Industrie hier haben Ähm, Industrie hier haben So, bauen hier mal noch den Hafen Dann hätten wir da zumindest halt auch mal noch die Möglichkeit Dort was zu holen Und gehen mal in die nächste Runde So, momentan wachsen auf jeden Fall alle Städte Das ist sehr schön Damit können wir auf jeden Fall gut aufholen An der Stelle Ein unbekannter Spieler hatte Griechenland Denunziert, okay Wer weiß, wer weiß, wer weiß Zwei sind ja noch da Ja, wobei Geo Mongo, ne Wäre halt auch noch da Ja, aber den haben wir bisher halt auch noch nicht entdeckt Ist auch momentan ein bisschen abgerutscht Muss man auch so sagen Ne, ein bisschen ist er abgerutscht So, zack Wir schieben, wie gesagt Wir schieben hier die Schwertkämpfe Einheit Schieben einfach mal um den Globus herum Ne Ha An der Stelle Und ich für meinen Teil Hab eigentlich auch gerade gar nichts mehr zu tun, ne Ne Ne, ne, ne Das haben wir momentan nicht So, das nächste wäre dann hier Jetzt geht es hier natürlich alles Schlag auf Schlag Hier, Hansekonto Einzigartige Bankversion der Deutschen Produktion für jeden Handelsweg Handelsweg mit einem Stadtstaat Handelswege andere zu einer Mit einem Konto Bringen dem Stadtbesitzer ein Gold zusätzlich ein Und der Handelswegbesitzer hält zusätzlich ein Gold für den Handelsweg Das ist doch schön Das ist wirklich schön So Bis Alexander sind es momentan noch 70 Punkte Momentan sind beide sogar noch am ziehen Hier konnten wir auf jeden Fall Hier konnten wir sogar ein bisschen aufschließen Momentan Von den Soldaten her sind wir immer noch Oha, fast ganz, ganz unten Aber das ist natürlich wirklich schnell dann umgestellt Im Normalfall Beziehungsweise meistens relativ schnell umgestellt Hier Eisen bräuchten wir Um diese Einheit zu Verbessern Haben wir aber gerade nicht Okay Und es geht auf jeden Fall in die nächste Runde schon mal wieder Wächst irgendeine Stadt? Ja, Stuttgart wächst Ja Das war es aber auch schon Jo, ich danke auch Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Bis zum nächsten Mal.